Willkommen auf unserem Kanal, durchgekaltete Dodo. Wir wünschen viel Spaß. Ja, Marc, komm jetzt zu dir. Was müssen wir machen? Die Hühner töten, das weiß ich. Ey, komm, die Hühner töten, das weiß ich. Du bist doch gelaufen. Ja, mach das. Ja, wo ist denn nun? Wie geht's das jetzt? Was ist gemacht, warum kleinst du mich abgewinnen? Das ist so, was ich hatte. Ach so, was wär's noch? Ja, auch, folgt die auch die wenigen. Das sind zu viele Beliebens. Das sind nicht so viele. Ihr habt nicht so viel Munition eigentlich. Das ist so, wie ein Baby. Ja, das sind so, ja. Ja, aber das sind so kleine Monchi-Cheese, weißt du. Genau. Ja. Das Problem, wenn ich gerade 8 Knallte hast du da. Ja. Das ist so toll. Ja, das ist so klein. Ja, das ist so geil. Ja, das ist so geil. Hey, warum sind die Polizei jetzt gekommen? Ey, hör los. Warum sind die Polizei jetzt gekommen? Guck mal, da sind zwei Sterne, Maki-Maki. Okay, weil die das doch von einem... weil die das doch überm achten... So, stimmt, der Alarm ist ein scheiß Alarm oder was? Ähm, okay Mark, komm jetzt, wo bist du? Ah, schön... Rüner, Rüneraugel, los! Ja, hallo, weiter geht's... Ist ja noch schnell... Ja, komm! Such doch! Ich danke dir! Ich muss aber leider vergessen, wie das war... So, mit dem Handy, ne? Ist doch schon gut! Dieses Signal ist sehr stark! Wie kann das sein? Gut! Aber das haben wir doch schon mehrmals gemacht! Warum haben wir das selten? Und nein, nicht so viele Polizei jetzt, ne? Hat mir jetzt nichts zu tun... 4 Sterne... Ist doch viel! Ja, ich weiß, wirklich! Was ist denn... 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 Wirklich komisch! Wirklich komisch! Hat die Tasche jetzt genommen... Eine Tasche? War das jetzt zwei Taschen... Und noch eine? Ich hab's nicht geschafft, weil das gehackt haben... Ich weiß... Ich hab's nicht geschafft, weil das gehackt haben... Ich hab's nicht mehr... Die Hacker-Wand... So... Wirklich komisch... Oder wie? Ja, ich hab' noch eine Tour... Ah, ok... Ach, Mann... Ich hab' noch eine Tour... Ich hab' noch eine Tour... Ah, ok... Ach, Mann... Ich hab' noch mal Steine gefahren... Ich hab' noch eine Tour... Oh... So, Mann... Wo sind wir... Nein! Ich hab' noch eine Tour... Nee, ich hab' noch eine Tour... Voll ab... Ich hab' noch eine Tour... Schießen... 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 Nein, du, du darfst nicht werden... Oh... Nein... Ja, aber du fährst doch auch nicht... Nein... Ich sterbe jetzt... Oh... Boah... Ah... Ah... Scheiße, Mann... Ich weiß, wir müssen uns irgendwie unter... In eine Brücke fahren... Oh, ja... Wo ihr fährt... Aber nicht bis vorne... Das heißt, ich bin längst mal da drin... Ich muss die ganze Zeit jetzt laufen... Ich muss die ganze Zeit jetzt laufen... Warte, 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 warte... Ich mach das sonst... Ich hab' ja... Ich hab' doch... V... Das vaccinations... ... Die sollen wir jetzt hoch. Ja, dann geh runter ins Wasser. Ob wir auch nicht müssen schwimmen. Dann geht das nicht. Wie ist das geschafft? Der Hecht. Hab so eine Sterbe. Kann noch rein. Frodo, los. Rang jetzt. Du musst schneller laufen. Hübel. Du hast ruhm. Alter. Ich glaub... Wir haben so wenige kleine Beine, aber du hast größere Beine. Du hast extra wieder Beine gekauft Dann bist du ein Steinzeitprobe Eine Steinzeitprobe Weiter los Keine Ahnung Was ist los Tobias Guck mal hinter euch Ich bin hier hinter euch Das sind voller die 3 Helikopterer Ich bin mit Markus Ich bin mit Markus Ich glaube Markus am Überlegen Es ist richtig weit Du kannst es nicht weiter spawnen Ich treffe ihn gerade Boah Du bist gestorben Ja Du bist aber von Markus Gerade Markus gestorben Nein Das ist so gut Ja Hab ich dich in der Tasche jetzt Ja oder nein Wird er wieder erschossen Wird er wieder erschossen Jetzt die Tasche oder nicht Oh Ich bin gestorben Wird jetzt krack Oh Wer fährt den Jetzt Wir sind so Behinis Digga Was ist das für ein krack Was hat das für ein krack Wird denn Ne Ahnung Genau Jetzt will ich tu Das hätten wir schon vorher Das hätten wir schon vorher planen müssen Das hätten wir schon vorher planen müssen Wo sind wir die Schiss Hast du jetzt den körper Ja, hast du schon Warte Ich wurde wieder getötet Das sehe ich Ja mach das Das ist gut Du wirst schüttel auch den Kopf Ja ich bin... Ich steck dich irgendwo in so eine Scheißkasse Ja schau Als ob im Markt müsste ich eine Kasse stecken Kein Warten, so ein Dach Ich hab mich nicht Ahem Ich habe eine Kassel Ich will nicht Ich will nicht Jesus Christ 505, dieses Animal ist auf der Freiewein. . . . . . . Das ist doch auch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab so'n Typen, so'n Zorn-Typen auf ein Ding gezogen. Unis, ich werde gleich auch abgehen. Das ist jetzt so'n Scheiße. Nein! Wie soll ich abfauen, Leute? Jetzt hab ich das selbst wiederholen. Scheiße. Du bist jetzt selbst ohnehin. Nee, jetzt nö. Nicht, dass ich meine Mutter gleich wiederholen werde. Ich hab's doch wieder abgeholt. Ist das mit der Mutter, Bruni? Nee, ich wollte nach meiner Mutter gesagt, wollte es wiederholen, hab's geholt und dann... So. So. Hat jetzt so wenig Leben, weil die mich die ganze abgeschmackt haben. Dein Leben noch. Und ich weiß was jetzt, ich bin irgendwo dagegen gestürzt. Und... Ich hab' die ganze Zeit. Ich hab' die ganze Zeit gefickt. Ich hab' die ganze Zeit gefickt. Ich hab' die ganze Zeit gefickt. Dachfall nicht getroffen. Ja, jetzt! Nein! Nein! Was ist das? Haben sie sich gefunden oder wie? Das ist so wie Katzen und Maus spielen gerade. Bist du nicht? Ja, jetzt! Endlich! Ich habe einen Tunnel gefunden. Dann muss ich jetzt bei dem Ich habe einen Tunnel gel Kann sein, ich bin... Ja, gut. Ich stehe im Spiel zu. Toll, jetzt wurde ich wieder gefunden. Ich wurde getötet. Ja, gut. Geil, wir haben das geschafft, Fingsten, Tobias. Nice. Eigentlich. Okay, jetzt müssen wir... Was müssen wir machen? Wer möchte, kann uns abonnieren und liken. Ich bin currently in... Wer werdet. Wer will? Michael. Wer will? Wer wird? Vielen Dank.